Hallo liebe Freunde von Süßigkeiten, hier sind wir wieder bei Mike, spielt irgendwas heute, spielen wir wieder den Vorkoster und wir versuchen herauszufinden, was in dieser neuen Box von World of Sweets ist, mit den Süßigkeiten-Neuheiten für März. Ich bin gespannt, was es drin ist, ob es schmeckt, ob es vertrage, ob das überhaupt was ist, womit wir was anfangen können. Ich bin gespannt, würde mich freuen, wenn ihr dabei bleibt, dann würde ich mal sagen, bis gleich. Hallo liebe Freunde von Süßigkeiten, hier sind wir wieder und wir testen heute mal die Neuheiten-Box von World of Sweets für den März 2021. Ich bin gespannt, was da drin ist, diesmal ein etwas größerer Karton als beim letzten Mal. Ich bin gespannt, ist da etwas ganz Langes drin, Osterhase und XXL oder sowas. Schau mal, die haben ja so Saison, also überall ist ja schon Osterzeug zu kaufen, wenn es vielleicht der eine oder andere gar nicht will. So, ich bin gespannt, also ich weiß nicht, was drin ist in dieser Box, die kann man für 15 Euro plus Versandkosten bei World of Sweets bestellen, jeden Monat. Da sind dann die Neuheiten drin, die Neuheiten, die gelistet worden sind bei World of Sweets halt. Das muss natürlich die absolute Neuheit sein, sondern was halt in diesen Versandkosten neu reingekommen ist. Aber meistens sind das auch neue Süßigkeiten plus Getränke und was es sonst noch alles gibt, was eben gerade rausgekommen ist oder gerade Promotion gemacht wird. Und das können wir jetzt mal testen. Was gibt es so Neues? Und das sind nicht nur deutsche Sachen, sondern international, also aus aller Herren Länder. So, hier mal zum Beispiel internationales Papier. Na gut, muss auch sein. Und El Sabor, das sagt schon wieder alles. Nachitos. Also Nachos in kleinen oder was? Okay, Nacho Cheese. From Selected Corn, glutenfrei sogar. Also dann aus Mais. Das heißt, jedes Korn nur einzeln sortiert, angeschaut, geprüft mit der Lupe und dann verarbeitet. Das steht ja hier so, aber auch Selected. Das scheint mir doch irgendwie so spanisch zu sein. Das kommt mir hier sehr spanisch vor, oder? El Sabor. Hier steht aber, nee, griechisch drauf. Das sind griechische Buchstaben. Okay. El Sabor, gr. Hört sich eher spanisch, witzigranisch oder so ähnlich an. So war dann richtig, okay. Nacho Mini Chips irgendwie. Das ist ja wohl spannend. Das habe ich noch nicht. Das ist dann wirklich mal Neuheit. Ja, Käse. Ja, es riecht wirklich nur Käse. Wenn man dann diese Packung so aufmacht, ist es immer ein bisschen enttäuschen, weil hier ist eigentlich, man sieht ja, wie viel leer immer ist, aber gut, 100 Gramm. Okay. Oh, die sieht aber nicht schlecht aus. Also, auch nicht gewürzt, diese andere rund. Das ist immer so, die Konsistenz und auch so Geschmack von Nacho Chips. Und hat nur Kleidern runter. Und kann auch so ein bisschen weniger dippen. Und das ist schneller gegessen, weil ich nur 100 Gramm nacho Chips. Ja. Dann könnte man bei auch gutem Käse überbacken, so ein bisschen eine kleine Portion. Ja. Ja. Jetzt kann ich herausragender Käsegeschmack. Das ist aber eher so normal. Ich bin halt wie mit anderen Produkten auch gewohnt. Das ist aber auch nicht penetrant oder zu viel. Nicht ganz ausgewogen. Noch nicht zu salzig. Ja. Ja, halt kleine Runde. Mach so Chips. Noch was anderes. Hm. Und hier ist noch mit Chili-Gelb oder so Paprika. Wäre auch nicht schlecht. Also, nimmt schon mal nicht übel. Okay. Na, Chitos. Aus Griechenlandos. Das ist... Das, komm her. Was ist das? Hi-Chew. Hi-Chew? Hi-Chew. Green Apple. Immensely Fruity, Intensely Chewy. Okay, was man sich da immer wieder verspricht. Hi-Chew Green Apple Flavor. Kaum Bonbon mit Apfelgeschmack. Hier steht Deutsch drauf. Ich bin fasziniert. Okay. Da ist sogar Kürbissaft drin. Äh. Ich dachte, das soll nach Apfel schmecken. Okay. Dann schmeckt der Apfel nicht genug. Na Apfel, da muss man noch mal Kürbis reinmachen. Und der schmeckt nach Apfel. Warum auch immer. Flutenfrei. Keine synthetischen Farben. Hm. Wollen wir das mal glauben. Also das Grüne sieht schon sehr synthetisch aus. Also ich weiß es nicht. Hier kann man sogar was aufmachen. Irgendwie. Äh. Also theoretisch ist hier so ein Streifen. Den kriegt man allerdings nicht gepackt hier. Und... Also... Okay. Dann müssen wir zu rabiateren Methoden greifen. Dann alte Leute sowas aufkriegen. Also das läuft doch so. Großen sind sie jetzt nicht. Dann hätte ich mir jetzt so was Dickeres vorgestellt. Aber okay. Wachspapier. Riecht aber so ein bisschen nach Apfel, muss man schon sagen. So ein bisschen, ein bisschen wie die Abbildung zu sein, so ein grünisches Produkt. Hm. Ja. Hm. Es hält aber Pan-Kern-Öl. Hm. Kommt noch zur Schweiz. Ja, Sugo Schweiz AG. Aus Rot-Triest. Hm. Ja, Kaugummi. Dann noch... Grün Apfel schmeckt. Ich hatte jetzt gerade von Haribo sowas mit grünem Apfel. Und Kaubobons. Kommt denen recht nah. Ja, die waren natürlich ein bisschen süßer, die Haribo. Und so geht. Komm mal essen. Ja, grün Apfel-Geschmack. Ist jetzt nicht so stark, würde ich mal sagen. Der ist schon fast wieder aus dem Mund raus. Ja, wie du oft bei diesen Kaubonbons oder Kaugummiß dann isst. Man kauft ein bisschen drauf rum, hat einen tollen Geschmack. Und nach zwei Minuten ist nichts mehr viel übrig. Kann man mal kauen. Also, ist allerdings auch mit Zucker, ne? Gokosen-Sirup-Zucker. Also, ist nicht zuckerfrei. Es hält auch Palmöl. Also, muss man gucken, ob man das mag. Aber ist mal was anderes als Pfefferminz-Geschmack oder sowas mit grünem Apfel. Ja, war eigentlich nicht schlecht. Ist aber hier was Kleines? Was sind so kleine Sachen hier alle drin? The Jellybean Factory. Okay, die kenne ich jetzt nicht. Ich wusste gar nicht, dass es eine extra Fabrik dafür gibt. Hat mich bisher nicht die Bohne interessiert. Natural Flavors. Ja, das schreiben die immer so drauf. Das heißt eigentlich nur, dass sie irgendwie ähnlich sind wie echte Geschmacksrichtungen. Okay, The Jellybean Factory. Boah, das ist aber so klein draufgeschrieben, wonach die schmecken sollen. Das finden sie nie raus. Ganz winzig klein. Wahrscheinlich kostet das 12 Euro, dieses kleine Ding oder so. Wenn die so klein sind, ist das immer doppelt so teuer. Surprise, Flavor Mix. Wo kommt das her? Man weiß es nicht. Boah. Niederlande. Frankreich. DE. Deutsch ist auch mit drauf. Kommt aus Manufactured by Cloetta. Ach, guck mal. Kommt von Cloetta aus Irland. Von Cloetta. Guck mal. Ich bin gespannt, was das hier sein soll. Wieder verschließbar. Unsinn. So, hier haben wir das Rote. Können jetzt alles sein. Erdbeer, Tomatenmarkt. Man weiß es nicht. Ja, da das hier hinten winzig klein draufsteht. Nur, dass die schmecken können, müsst ihr mit der Lupe jetzt rausfinden. Was ist das? Hier gibt es allerdings auch acht verschiedene Rottöne. und dann vielleicht zu überraschen. Hm. Hier ist das rosalig. Aber ja, die sind auch ordentlich bunt, also die gibt es schon eine gewisse Vielfalt drin. So, bis man das identifiziert hat, hier. Boah, ist das kleine Fühl. Das kann ich jetzt mit der Brille nicht lesen. So ein bisschen nach so einem Blaubeermuffi, nur irgendwie. Und noch was Orangenes. Das könnte auch alles sein. Dann gibt es dann fünf verschiedene Orangetöne. Das ist immer gut, wenn die alle gleich aussehen. Das ist so was Grapefruitartiges. Ja, in Chölymines halt. Ist jetzt nicht so überraschend. Wenn ihr noch exotische Geschmacksrichtungen drin hättet, okay. Könnt ihr es aber hier nicht so drauf erkennen. Ist einfach viel zu klein geschrieben. Auf diesen kleinen Packung Cola gibt es noch. Boah ey. Was ist das? Melone. Kann das sein? Das ist so klein geschrieben. Hier im Ziffern. Boah ey. Cherry. Weiß ich. Wahrscheinlich eigentlich so die üblichen Verdächtigen. Nicht so so. Gibt Apfel. Laubbäer. Laubbäer. Cherry und Äpfel. Cranberry. Okay. Aber nicht so mit Käsekuchen oder Maggi Geschmack oder sowas. Teriyaki, Hühnchen. Popel. Keine Ahnung. Also, gut. Interessant auf jeden Fall. Aber so ein kleines Päckchen. Das wird wahrscheinlich nicht so wenig kosten. Ich habe noch mal so. Aha. Hiju. Hörer. Ja. Die möchten jetzt noch. Ist ja noch so ein Ding. Ich habe alle Geschmacksrichtung, die es gibt von den Hijus. Da gibt es noch Mango. Hier gibt es noch Strawberry. Wahrscheinlich sowas wie Erdbeeren. Und Wassermelone. Okay. Was? Ich glaube, Wassermelone hatte ich genug jetzt in letzter Zeit. Das scheint auch so der Inengeschmack gewesen zu sein für alles Mögliche. Neben sauter Karamell. Ich nehme mal Mango. Einen Kaugummi, einen Mango-Schmack kann ich mich noch nicht daran erinnern, dass ich das mal hatte. Das kriegt man genug. Oh, du Scheiße auch. Ah, diesmal hat es geklappt. Ah. Okay. Schauen wir mal. Ich muss mich hier so wunderbares rausholen. Das riecht aber auch frutig. Das muss man schon sagen. Okay. Hm. Hm. Also rein. Ob das nicht so ganz wie auf der Verpackung immer gut. Hm. Kommt dem schon nach. Und dem schon nach. Interessant. Also. Wir kennen ja fruchtig kaut. Heizu. 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 Also dann misst man den ganzen Mund voll Bananen mit den Dingern. Und damit man so richtig schön einen intensiven Geschmack hat. Aber auch nicht schlecht. Kann man mal. Kann man mal probieren. Kann man mal sagen. So. Hier versteckt. Was ist das? Red Band. Fruit and Berries. Real Fruit Candy. 50% Frucht. 100% Snub. Ja. Was immer Snub ist. Ich hab keine Ahnung. Das ist so leicht holländisch. Okay. Oh. Entfrisse ein naturliger Früßesmarkt. Ja. Okay. Heizu. Bescheid. 190 Gramm. Also ziemlich schwer. Aus echten Früchten. Allerdings nur zu 50%. Das geht mir auch wieder super aus. Okay. Red Band kennt man ja so ein bisschen. Liegen ja auch auf der Kasse. diese großen Packungen. Ich bin da nicht so ganz der Fan. Weil die sind immer so ein bisschen fest und zähl. Diese Dinge. Die sind mal nichts was weicher. So wird hier drin. Blaubeere. Mhm. Ja. Fruchtig ist es. Was soll denn das hier sein? Hombos. Blaubeere. Granatapel. Und dann gibt es Peer. Wenn man das ist. Noch ein Apfel. Und. Ardbei. Kann ich es nicht. Also wer Niederländisch kann. Kann mir das gerne in den Kommentaren schreiben. Und was das heißen soll. Aber. Tänse Fruchtsmarkt. Dieser Wurscht. Letztendlich. Das ist hier wahrscheinlich dann. Blaubeere. Vermutlich mal das Dunkelste. Und dann hat es nicht. Hm. Also erstaunlicherweise mal nicht so fest. Und sehr wie sonst. Hm. Es klebt auch schön schön in den Zähnen. Hm. ein Apfel sein leckerappt ja Man hat den Mund ganz schön voll und ist klebrig, aber noch nicht so hart. Gute Burries. Ja, fruchtig ist es. Also das muss man den schon lassen, die Dingern. Diese andere Sorte. Das ist dann wahrscheinlich Wettbeer von Wuppig. Hält sich nur bis 24. Das kann ich nicht. Ja, Wettbeer. Kommt man mal zu kaum. Schmeckt aber durchaus fruchtig, muss man sagen. Ja, ich meine Alternative für diejenigen, die auch von Red Band diese festen Dinger nicht so mögen. Die haben so die kompletten Blomben rausziehen. Also ja, fruchtig, weich. Man kann sogar versuchen, den fruchtig schmack mal rauszuschmecken, wenn man hinten lesen kann, was es ist. Schmeckt auch nicht immer nach dem, was da draufsteht. Ist ja hier auch so. Aber nicht schlecht. Meine Alternative von Red Band. Und ich drobe einmal die Kosten. Wenn da jetzt sehr viel Fuchs-Saft drin ist. Was ist denn das denn? Hm. Was zu trinken? So internationales Packpapier. Ups, nee. Soda. Was ist das? Soda. Hier haben wir einfach Soda. Soda in der Packung gelegen. Was soll das jetzt sein hier? Low-Sugar-Drink. Soda. Achso. Paido-Maracuja. Muss man das mal rausfinden, was es ist. Relativ unschaltbar, die. Mal gucken wir mal so Styling hier. Es fällt nicht so richtig direkt auf, ne? Da muss Licht drauf fallen, dann sieht man diesen goldenen Schriftzug. Und ansonsten... Soda. Ja. Was mache ich damit? Hm. Low-Sugar. Spender mit jedem Paido. Die... The Paido Soda Company. Das ist Konstanz. Ja. Sehr exotisch. Zirkoreduziertes Erfrischungsgetränk mit Maracuja und Mango-Geschmack. Sießungsmittel, Zucker und Kohlensäure. Perfekte Begleiter für Tag und Nacht. Äh. Nachts trinke ich immer sehr viel. Klar, am besten Eiskalt genießen. Okay. Hm. Ja. Eiskalt ist es jetzt nicht, aber gut. Schauen wir mal. Na, das äh... Was war denn mal? Kouja? Der triecht auch wirklich danach. Hm. Der Kohlensäure, ne? Relativ mild. Das ist also wieder mehr Wasser als Hochsaft. Schmeckt aber ganz gut nach Maracuja. Ist nur relativ dünn. An sich ist wahrscheinlich so 20% Fruchsaft oder sowas. Das ist nicht wirklich viel. Hat aber auch nur 5 Gramm Zucker. Die 100 Milliliter. Das ist nicht so viel. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Warum man dann jetzt noch Vitamin B12 und C eingeballert hat. Okay, C ist Ascobinsäure wegen der Haltbarkeit. Aber, na gut. Das ist Maracuja ja sehr Vitamin B12-haltig. Aber riefen tut's lecker, muss ich sagen. Paido! Maracuja aus Konstanz. Hab ich noch nie gesehen, muss ich sagen. Aber ich hole mal ein Glas, wenn ich hier noch irgendwas flaschenähniges drin. Dann sag ich mal, bis gleich. So, ich hab jetzt mal hier so einen glasartigen Verkostungsbehälter. Und, äh, schauen wir uns mal an, wie Farbe ist. Also, das sieht schon so intensiv aus. Das riecht auch, das riecht schon lecker, muss man sagen. Also, da möchte man am liebsten direkt alles auf einen Schluck weg machen. Nur auf der Zunge ist es dann relativ mild. So wie ein bisschen intensiver jetzt als Wasser mit Geschmack. Aber kommt in die Richtung. Da stimmt, eiskalt ist schon was besser. Wenn man vielleicht, da ist auch nicht so viel Zucker drin, kann man, würde ich mal sagen, sich durchaus, dass man gönnen hier. Weil, wenn man so diese Mango-Maracuja-Geschmack mag, kommt natürlich auch wieder einen Preis an. Wenn ihr jetzt so bei 2 Euro liegt, würde ich auch so sagen, da kann man sich vielleicht mal gönnen, aber nicht auf Dauer. Wenn das eher so Richtung 1 Euro gehen würde, würde ich mal sagen, okay, ja, warum nicht. Schmeckt jedenfalls nicht schlecht. So, jetzt ist hier irgendwas langes drin. Was ist das? Breaks, it's a break, it's not a Kit Kat, sondern von Schulte. Eine Bremse von Schulte, Breaks, it's break time. Mit Mandelcreme-Füllung, also so Kekse gefüllt. Riesen Paket hier, das sind 175 Kamm, also mehr als die Chips hier drin hatten. Schulte aus Liedbrook, okay, auch Deutschland, 20% Mandelcreme-Füllung. Jo, hat 100 Gramm, haben 532 Kilokalorien, noch nicht schlecht. Ja gut, was erwartet man auch. So, gucken wir mal. Hier ist ein Aufreißflasche, die funktionieren meistens nicht. Ja, jetzt ist wieder, wie sich diese Verpackung immer ausdenkt. So, okay, da sind dann sechs Stück großzügig verpackt. Ja, so eine große Verpackung fällt natürlich auf im Bladen, aber ich denke mal, hier hätte man auch ein bisschen sparen können, aber man wollte es wahrscheinlich so aussehen lassen. Ein bisschen viel Plastik, aber gut, dafür sind es auch sehr dicke Kekse, also da kannst du nicht die ganze Packung mal weg. Okay, dann schauen wir mal. Oh, natürlich nochmal. Und es ist lecker, also das sind die Oschei hier. Ich bin doch ganz gut aus, so optisch. so ein paar sandig cremige füllung so ein bisschen so ein bisschen kümelig ich mag aber nicht so ein bisschen populär auch mächtig also noch zwei dinge ist man sagt man muss so gut tunken die kuppel dann die mich und ja zu konfett aber das tegel weg also pro person ein klick sind sich alle satt aber interessant hübsch aus brakes aber lecker jetzt muss man wieder workout machen so fünf minutentraining unseren kleinen sauge mal ein bisschen in einsatz bringen hier mit einer rum gekrümmelt hier so was haben wir noch was das scheint mir alles gewesen oder eine eistüte oder so was crunchy surprise for patrol er hatte eine lizenzkiste gegriffen richtig knete ausgegeben für nickelodeon port control lizenz waffel gefüllt mit haselusscreme und dekoriert mit tragees weiß bescheid 72 prozent haselusscreme okay das will aber heute kalorienreich hier noch ein hund hier drin abgebildet warum auch immer das ist ein behälter Okay, so eine Art, äh, überall Becher, okay, dann hat man hier irgendwelches Gedöns drin von Brawl Patrol, äh, Figürchen oder so sechs Figürchen oder zwanzig, so 3D-Wackelbilder oder was das hier ist. Gut, wir haben noch lange Spaß mit. Ja gut, aber wer es hier sammelt und in dem Alter ist so, sich in 36, ja, okay, ich dachte, was ist das denn jetzt hier, okay, so eine Art Ü-Ei-Waffel-Döns, so das eigentliche, ist das kleine Ding hier, ähm, gut, das, ja, das ist nicht so ein Riesenaufbau, die man auch noch hat. Hier sind ganz viele, ähm, Dragees oben drauf. Überlaube ich hier, guck mal. Okay, das sind kleine Eislaffeln, die man dann so hassenlos kriegen gepumpt hat. Damit die lieben Kleinen auch ordentlich Zucker haben, man wirklich durchs Haus retten können, sehr schön. Was schmeckt hat? Geht so. Also waren die Kekse jetzt intensiver, muss ich sagen. Ja, da bin ich so die hochwertigste im Haselnuss drin. Hm, das ist sehr, ich zeug. Hm, das ist sehr. Hm, das ist sehr. Ja, das her. Hm. Ein Produkt, äh, Elkon Hellas. Oh, da kommt er aus Griechenland. Na, ja, mag man scheinen Paukontroll, keine Ahnung. Ja. Für die Hunde, die Bava. Wow. Die kleine Ding da. Okay. Ach, hier ist noch mal. Hä? Okay. Gut, das war's dann. Ich ging nicht leer. Hm. Und dann haben wir noch was von Vitalis hier drin. Knuspermüsli des Jahres. Gut, ich weiß nicht von Bärchen mehr. 23 ist noch nicht so lang. Da kann natürlich jeder sagen, das ist das Müsli des Jahres. Die hat einen Monat, da kommen ja noch. Ähm. Na gut, mal dieses übliche Sauerkaramell. Wahrscheinlich schmeckt es überhaupt nicht danach. Interessant. Hm. Also Müsli, die ist nicht erwartet. 11 Portionen pro Packung. Ja. Haha. Ich weiß nicht, wer das immer hier abmisst. Das sind dann Portionen, die sind immer so winzig klein. Hier wird kein Mensch satt von. 40 Gramm Müsli. Ja, esst doch mal 40 Gramm Müsli. Das ist doch gar nichts. Das ist total Schwachsinn. Macht hier jemand draufschreiben. Nur um sagen zu können, hier ist ja so viel drin. 11 Portionen. In Wirklichkeit hast du vielleicht 6. Und du musst alle drei Tagen den Scheiß neu kaufen. Wahrscheinlich bei 3-4 Euro liegt. Und ähm. Im Monat hast du ja noch riesen viel Geld aus dem Fenster geschmissen. Davon mal abgesehen, hast du hier auch ordentlich Zucker drin. Wie Gramm sind das? 450. Also hier sind es schon bei 100 Gramm bist du bei 69 Gramm Kohlenhydrate. Davon sind es 22 Zucker. Also um 22 mal 4, dann hast du schon eine ganz ordentliche Portion. Ja. Hungrig auf zu leben. Ja. Wer will auch hungrig auf vitales Knusper Müsli. Das mache ich jetzt aber nicht auf. Weil das esse dich nicht essen. Dann kann ich dann nur rum und dann kann ich es wegschmeißen. Also das ist nichts für mich, muss ich sagen. Und vor allem dann alles, was hier so meistens mit Sorted Karamell Geschmack oder Erdnisbutter von deutschen Feststellern ist das schmeckt meistens überhaupt nicht danach. Da fehlt meistens das Salz. Oder schmeckt nicht richtig nach Karamell oder nach Erdnuss. Ja. Aber so hat gibt es halt auch von Vitalis hungrig aufs Leben. Ich würde nur sagen, danach hungrig aufs richtige Frühstück. Ja. Mit 5,5% salziges Karamell. Das ist auch richtig viel. Naja. Aber der kommt mit Milch oder pflanzfrisch eine Alternative. Gut. So hat gibt es also auch von Dr. Oetker. Mit ordentlich Zucker drin. Immerhin ist es auch Ballaststoff. Ist ja auch nicht schlecht. 7,2 Gramm pro 100. Könnte was mehr sein. Vollkornhaferflocke mal zumindest genommen. Ansonsten ist hier nichts an Vollkorn noch irgendwo drin. Naja gut. Okay. Ja. Vitalis. Interessante Mischung hier wieder mal. War ein bisschen süßer diesmal. Also von Chips war jetzt nur eine Sorte drin. Hätte ein bisschen mehr zeigen können. Aber okay. Dann haben wir diese lustigen Pau-Patron-Dinger hier. Die riesengrenster Kekse. Boah. Da haben wir allein schon dem zusammen hier. Dann bist du den ganzen Tag verseucht. Und diese lustigen Kaugummis. Dann haben wir diese Jelly Beans. Haben wir noch mal raussehen. Was die Geschmacksrichtung hier alle überhaupt sind. Und leider ist das so wie sehr klein. The Jelly Bean Factory. Ja. Und die Preise hätte ich auch gern mal gewusst. Aber gut. Das kann man sich ja immer noch auf der eigentlichen Internetseite angucken. Wenn man das will. Dann würde ich mal sagen. Prost. Ich trinke es noch mal so da. Sonst ist jetzt ja nichts hier. Und dann bin ich mal gespannt. Und ja. Ich glaube ich habe euch gefallen. Was würdet ihr davon gerne probieren oder kaufen. Oder hat euch das überhaupt nicht hier zugesagt. Was sieht man hier so alles neu ist. Ich war jetzt damit. Keine Ahnung. Ja. Ich würde sagen. Vielen Dank für Zuschauer. Und das war jetzt unsere Neuheitenbox. Für März. Mehr Neuheiten gibt es nicht. Es kommt nichts mehr. Es gibt keine Neuheiten. Und was war es. Na ja. Da kommt bestimmt noch andere Sachen. Aber gut. Und es werden dann noch weitere Boxen kommen. Auf jeden Fall. Die. Van Asche. Die Weltboxen werden wahrscheinlich auch noch unterwegs sein. Von denen habe ich noch nichts gehört. Muss ich sagen. Die sind ja umgezogen auf ein neues Lager. Die Firma. Und letzten Monat kam keine Box. Bisher habe ich von der jetzigen Märzbox auch noch nichts gehört. Die Februarbox fehlt ja eigentlich auch noch. Also müssten in diesem Monat eigentlich zwei Boxen von Van Asche in die Welt kommen. Keine Ahnung ob das funktioniert. Angeblich sollen welche unterwegs sein. Ich habe noch keine Versandbenachrichtigung. Mal schauen. Ob da noch was kommt. Dann wird es ja noch die Ligusta Box geben in diesem Monat. Und dann habe ich noch eine Länderbox von einem anderen Hersteller mir besorgt. Und dann bin ich auch mal gespannt was da so drin ist. Das ist dann nur aus einem einzelnen Land. Und falls da mit Van Asche in die Welt nicht klappt, habe ich das nur als Alternative. Also das erwartet euch noch diesen Monat. Ja und da bin ich mal gespannt was da so alles drin sind. Ob das schmeckt. Und zwar nicht wie die Bekamen hier machen. Da würde ich mal sagen. Vielen Dank für die Zuschauer und bis zur nächsten Box. Und Bye Bye. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.